Hi Luca. Hallo. Hamburg oder Köln? Köln. Warum ist doof in deinen Augen keine Beleidigung? Weil Sandra eine Freundin von mir ist und ich würde Freunde niemals beleidigen. Was ist die seltsamste Angewohnheit von deiner Podcast-Kollegin Selfie Sandra? Boah, die rülpst ziemlich viel und die Füße stinken dauerhaft, egal ob Winter oder Sommer. Wie viele Oben ohne Bilder gibt es von dir bei Instagram, also Stand heute? Boah, kein Plan. Zwei oder drei? Fünfzehn. Fünfzehn, chillig. Du bist beim Amt. Was trägst du im Formular bei Beruf ein? Selbstständig. Wirst du oft auch auf Instagram sexualisiert? Ehrlich gesagt lese ich ziemlich selten Kommentare und DMs, von daher weiß ich das nicht genau. Was würdest du bei Onlyfans zeigen und wann passiert das? Ich würde ehrlich gesagt, glaube ich, gar nichts bei Onlyfans zeigen und es wird auch nicht passieren. Bist du in deinen Augen ein Prominenter? Nein, auf gar keinen Fall. Sind Leute von dir überrascht, weil du in Wirklichkeit anders bist oder sagen alle, genau wie in den Videos? Alle sagen, ich bin größer in echt. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig über Sandra aufgeregt und warum? Gestern, weil sie zur Formel 1 gefahren ist und ich nicht hin konnte. Wir werden das später noch bei Wikipedia ergänzen. Wie groß bist du genau jetzt? 1,95. Wie krass ist deine neue Bude? Es ist die gleiche Bude, die ich davor auch hatte. Ich habe sie nur umgebaut. Also sie ist von innen viel nicer geworden, finde ich, viel gemütlicher, aber von außen immer noch genau das Gleiche. Was nervt total an Social Media? Dass man immer das Bedürfnis, man denkt irgendwie immer darüber nach, wenn man es zumindest beruflich macht. Man kann nicht einfach abschalten wie bei so einem 9-to-5-Job und dann geht man nach Hause und es ist vorbei. Gönnst du dir deinen Erfolg? Ja, weil ich dafür gearbeitet habe. Wem gönnst du gar nichts? Eigentlich jedem gönne ich, glaube ich. Kurzes Allgemeinwissensquiz. Was speichert ein Kamel in seinem Höcker? Wasser. Nein, Fett. Perfekt. Frühstück. Was kommt aus Brötchen? Diese vegetarische Mortadella und Salat, Tomate, Gurke und ganz, ganz dünn gesalzene Butter. Was kannst du einfach viel besser als Sandra? Kochen. Was treibt dich an? Dass man, was treibt mich an? Ey, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Dass man irgendwie dieses Verlangen irgendwie was schaffen zu müssen. Keine Ahnung. Du bist im nächsten Leben eine Neonröhrenwerbung. Welche Farbe wird es und was ist auf dem Schriftzug zu lesen? Es wird auf jeden Fall pink, weil ich finde, pink ist diese einzige Farbe, die bei Neonröhren ansatzweise gut aussieht. Und der Schriftzug wäre irgendwas mit Hasseln. Kein Plan. Irgendwas Motivierendes oder so. Welche Gummibären gehören verboten? Die weißen. Warum? Ich finde, weiß ist die schrecklichste Farbe irgendwie. Und rot sollten die sein. Oder orange. Welche Überschrift hat das Geheimnis, dass du immer zuerst über dich erzählst, wenn du Menschen näher kommst? Ich kann nicht röpsen. Zeig uns mal deinen Blick, wenn du versuchst zu flirten. Und bitte. Ich kann überhaupt nicht flirten. Ich weiß nicht, wie ich da gucke. Irgendwie... Keine Ahnung. Ich kann nicht flirten. Ich kann auch nicht im Club irgendwie Mädels ansprechen oder gar nichts machen. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ich muss eine Person immer erst kennenlernen. Bin ich durch? Ja. Schön. Danke. Darf ich gehen? Danke. Tschüss.